hallo und herzlich willkommen zurück bei der multi band heute sind wir bei der 42 folge im 42 tag und heute ist der 27 10 also schon fast wieder um 11 und hat eben was nach hause gekommen und hat heute extrem viel zu tun so wie ich bin gegen tag ist ja auch samstag hat man viel zu tun das egal wir machen trotzdem unsere folgen und alles läuft ganz okay wir sind zwar noch nicht mehr nicht mehr so gut zur zeit aber egal wir spielen trotzdem wir versuchen es trotzdem verbessern wir spielen gegen zerk und besuchen die fertig zu machen das nicht irgendwie ganz komisch hat gedrückt und er hat sich gesetzt das ist mir doch mal in der maus und meine tasatur kontrollieren das game of the long time naja mal gucken was da was dabei rumkommt 1 0 wir spielen doch noch ordentlich er hat nämlich schon ein tool gebaut Ihr habt nicht genügend Mineralien. 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 So, im Konobus noch einmal. Und unten mal das zweite Geh. Wir werden angegriffen. Kapp'n Baum. Oh, und wo ist denn unser? Oh, das bringt jetzt nichts gegen den zu fighten. Ja, ihr benötigt mehr Vespingas. Wir nehmen auf jeden Fall das Stargate. Wir festgestellt haben, Stargate ist nun besser dran. Die Erzgeborenen werden auf sie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was wünscht ihr? Wo werden wir gewonnen? Oh, das ist okay. Alles okay. Es ist nur ein... Es ist nur ein Zettel. War alles noch im Bereich. Ich... Hätte schlimmer sein können. Naja-Kar-Ayur. Die Nationalstränge abgestimmt. N-A-Rodin-Rash-Egal. Ja, Exit-Forschung abgeschlossen. Wir müssen uns um Stressen gehen. Auf. Was ist das? Zettel. Das ist ein Stadion. Die Nationalstrampen-Innen. Geschehen-Deal. Da ist der das? Ich würde mich um Studies-Deal-Dash-Egal. Und das ist, dass wir verwirrt. Und sie waren durch die PlayStation-Deal. Die Nationalstränge sind ein ich. Die Nationalstränge ist. Das ist alles. Und sie haben wir, wo ist das? Die Nationalstränge sind. Ich sollte überleben. So, warum hier ein drittes ist? Wo verwirrt sich der Feind? Sie brechen durch! Wir sind der dritte Bauern, verdammt. Oh, fuck! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Wir marschieren zum Sieg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach, die Eingegrabenen. Ich bin die Stimme. Aber... Nein. Wir sind heiß in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Schlaf auf dich. Ich bin hier in den Schatten. Mineralien fällt erschöpft. Erneut will ich. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Nun wird angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Ich bin hier in den Schatten. Viele Roaches. Ach, was war das denn? Ah, Ravage schon. Und auf jeden Fall. Ich bin hier in den Schatten. Es ist eine gute Menge. Ach, das ist eine gute Nase. Es geht hier. Ich bin hier zu Beginn. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in der Schatten. Und ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier, in die Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Wir sind alles. Ja. Ja. Ich bin hier, in die Schatten. Ich bin hier, in die Schatten, in die Schatten, in die Schatten. Ich bin hier, in die Schatten. Ich bin hier, in die Schatten. Da kommen nämlich ganz schön viele nochmal gerade angerannt. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Das war so klar. Hast du viele erwischt von mir? Nee. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. 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 So richtig schönes hin und her. Nicht so einfach nur ich werde platt gemacht. Sondern so richtig schönes hin und her. Und ja Herr Bart, ich habe vergessen den BRC auf Hold Position in meine Lücke zu stellen. Ja, das passiert mir nicht. Undauern, ich weiß auch nicht. Am schlimmsten ist es halt, wenn man die ganze Zeit dieses Army, diesen Button benutzt, wo man alle Einheiten mit einmal selektiert. Nicht selektiert, wie heißt das? Ist schon, auswählt halt. F2 funktioniert nicht mehr, aber dieser scheiß Button funktioniert noch. Die muss ich irgendwie noch ausstellen. Aber das geht irgendwie nicht. Wenn man die einmal benutzt hat, kann man den irgendwie nicht wieder abstellen. Das dauert aber länger. Sind eigentlich noch genug Spieler online. Oh, Meisterspieler. Vielleicht wären wir ja auch eines Tages Meisterspieler. Aber ich glaube, dafür fehlt ein bisschen die Zeit. Wäre Freizeit wäre geil, dann könnte ich ja auch Meisterspieler werden vielleicht. Wir spielen gegen Terana. Hm, Flieger. Gegen Zerg und Terana hätten nur Flieger. Jedenfalls wenigstens anfangen mit Fliegern. Dass das da geht, ist schon anscheinend Pflicht mittlerweile. Okay, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Mal gucken, was das Terana spielt. Das Problem ist ja, wenn man ein Stargate bei Terana öffnet könnte, einen dann irgendwann mit dem Reezower rein. Könnte passieren. Gucken erstmal, ob er Proxy spielt. Könnten ja auch Safe spielen und später expandieren. Aber ich möchte dann doch... Ne, ich möchte bei 20 expandieren. Da habe ich halt auch ja das Gas... Äh, nicht der Gas, eher das Mineral... Äh, äh... Ist schon. Eher mehr Mineralien für mehr Action. Der geht runter. Der geht schon mal ins Gas. Wir haben ein Gas. Bleibt hoffentlich auch dabei. Wollen wir aber nicht nehmen. Wollen wir aber nicht wegnehmen. Wollen wir aber nicht wegnehmen. Wollen wir aber nicht wegnehmen. Stecken nochmal. Ganz schnell. Kybernetikkern. Ich gebe nur noch 1 Gas. Nehmen so schnell wie möglich dann das nächste Gas. Ohne Wissen, glaube ich, die Wirke erst nach dem Pfeiler. Ich glaube nach dem Pfeiler. So, der geht runter. Wollen wir unten heilen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Geht gleich wieder hoch. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich weiß nicht ob der Pfeiler ein bisschen zu spät kommt. So, das und... Stalker. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Lohn ist ein bisschen spät. Krono boosten wir auch den Stalker. Und Krono boosten jetzt unsere Worker nochmal. Eure Sonnen werden angegriffen. Okay, er hat den Marines. Ich habe ihn nicht gesehen, ob er eine Exer hatte. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend. Ihr benötigt mehr Lespingas. So. Hyster als gut ist. Das aber, ob wir nicht das킬� haben. Das passt jetzt von denen. Aber, wer der Bitarre geschwe erreichen? Also. Wenn wir noch, wo diesten, wir das feier versuchen... Das riech ich mir ein, ey. So, wir müssen zum Arkel bauen. Und danach bauen wir direkt, äh, Voidway. Damit wir Tropfs sicher sind. Und nach dem Voidway, dem ersten, nehmen wir, glaub ich, den... Äh, das ist... Unser Robo. Ne, wir nehmen Robo, vorher. Oh, wir sind so gut wie tot. Shit. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt kein Void. Gut, das ist natürlich echt Löt, gerade. Geht halt nicht so viel. Ja, GG. Den All-In hab ich nicht kommen sehen. Aber warum nicht? Jetzt müssen wir kurz reingucken. Also, das ist... Aber ein bisschen suspekt. Da hat er wahrscheinlich irgendwo, äh... Toxie gestellt. Er hat auch nicht gescoutet. Das hat mir eigentlich... Aber er hat auch kein zweites Gas. Also, es reicht anscheinend mit einem Gas. Nimmt'n der, das ist zwar hier Gas. Jetzt... Ah, ja, da ist es. Ja, da hat für meinen Geschmack auch zu viele Marines. Da hätte ich schon... Da hätte mir schon auffallen müssen, dass er... Zu viele Marines hatte. Ja. Warte mal, hätte ich... Habe ich das scouten können? Mal kurz reingucken, ne? Play. So, jetzt gucken wir mal. Nein. Ja, hätte ich scouten sehen müssen. Hätte ich wissen müssen, dann. Hätte ich schon schnell schalten müssen. Hätte ich nicht das Star-Gin gebaut, sondern gleich die Ruhe gesetzt. Na gut. Das kannst du nicht verteidigen. Naja, wir spielen noch eins. Das war ein fieser All-In. Ja, aber der hätte die Exe auch oben haben können. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat einfach viel zu mir in Marines. So, und wir spielen noch mal gegen Zerg. So, Gottlack, dann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich muss noch ein bisschen sein Exe zu delayen. So, ich muss noch mal ein bisschen sein Exe zu delayen. Ich verstehe es aber nicht. Pool kommt jetzt, ist Gas hat er noch nicht. Bis da ein Pool kommt. Ja, eigentlich aus dem Pfeil im Bau, naja. Das war eigentlich fast. Oh, passt. Ja, eure Sonden werden angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir nehmen jetzt gleich auf jeden Fall den Fliegerrost. Ihr habt nicht gelesen Mineralien. Ihr habt nicht gelesen Mineralien. Scheinten sie nicht zu scouten grad irgendwie. Okay. Ich nehm die, ich nehm die, ich glaub die Gastteile kann zu früh. Ja. Ja. Jetzt. Er hat nicht gelügend Mineralien. Er hat nicht gelügend Mineralien. Das ist mir schon langsam in der Robo. Ich habe die zweite Seite gewählt, muss ich nur noch die dritte nehmen. Dimensionalstreine abgestimmt. Das Zeitfenster ist klein. Teleportation erfolgreich. Wo verwirbt sich der Feind? Ein Ohm. Der Weg ist klar. Die Sterne schlug. Die Sterne schlug. Unsere Schicksale sind klein. Gut, dann nichts saturiert, okay. Ich bin hier. Ich die Schatten. Ihr müsst zusätzlich... Wir dienen mit Stolz. Ihr müsst zusätzliche Pionnen bauen. Ich bin hier. Ich bin hier. Vielleicht mit den Rouges angetanzt kommen. Erneut den... Nicht gelügend Energie. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Kommt denn der rein mit seinen scheiß Viechern. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Das Zeitfenster ist klein. Nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Nicht gelügend Energie. Nicht gelügend Mineralien. Nicht gelügend Mineralien. Nicht gelügend Mineralien. Heyaahu. Ein Leben für Ajoa. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Viele Roaches sind klar. Für die Ehre. Sie brechen durch. Ich füge mich. Schahazul, du Templari. Hydra-bau. hat auch noch keinen Linksbau. Noch keine Vierter. Da kommt er. Das müsst ihr auf einem Bespin-Geysir platzieren. Hey, ich will da reingehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajuur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Es blagt euch nicht genügend Mineralien. Hier maximal bracket ganz gut. Also etwas zu schda. Die Dimensionalstrenge abgeschaut. So, ich würde wahrscheinlich gleich links haben. Oh Gott. Ich würde mal unbedingt stornen. Erneut dienen. Sie brechen durch! Da hat er wirklich noch keine links. Ich könnte eigentlich jetzt mal losmachen. Da hat er schon eingekommen. Na, da ist nicht warm. Oh Gott. Unsere Gedanken sind eins. Oh Gott. Ich brauche sogar noch mehr Gates. Oh Gott. Ne, da kann ich nicht kämpfen. Nein. Mineralienfeld. Ein Leben für euch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde dieses Ding einfach nur viel zu hart. Viel zu hart. Ich finde dieses einfach viel zu hart. was. Ja. Es ist jetzt einfach nur ein Blitz. Das sind nur meine Vails raus. So, die Gruppe. Ah, great. Durchgeführt. Das war die Tempel. Mein Leben für Ajoa. Ich fühle mir. Ähnlichkeit. Orakel im Fernsehbereich. Das war die Tempel. Mein Leben für Ajoa. Unsere Gedanken sind alle. Nein, ja ran. Ihr benötigt mehr Wispinkas. Ihr benötigt mehr Wispinkas. Wir stellen uns der Dunkel. Wir stehen feind. Mein Leben für Ajoa. Ich schaffe mir doch schon Flieger. Viel mehr Gas. Mineralien fällt. Mineralien fällt. Hier benötigt mehr Wispinkas. Kasar haltet. Mein Leben für Ajoa. Mal schauen. Oh, jetzt hat er langsam die... Wie gehen sie denn? Gut, Lords. Viel schlimmer. In Eiligkeit liegt Sterb. Meine Aufgabe. Wir stellen. Ihr habt nicht gelügend... Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Erleuchtet. Erleuchtet erklärt euch. Kasar, die Templar. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Eskler. 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 Teleportation erfolgreich. Hier benötigt mehr Wispinkas. Terrain. Der Tange. Das ist nicht gelügend Mineralien. Wir nutzen. Ich bin hier in die Schande. Ulach, mein Dachlan, ihr leitet uns. Ihr benötigt mehr Rüspiengas. Ich bin hier in die Schande. Mein Leben für Aju. Mein Leben für Aju. Orin. Wir stehen bei Aju. Wie ihr Pylon wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. Der Kampfesruhen wird unter sein. Pylon wird angegriffen. Der Kampfesruhen wird unter sein. Der Kampfesruhen wird unter sein. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich komme einfach nicht hinterher mit meinem Zeugs. Ich denke mir nichts. Mein Leben für Aju. Ich bin hier in die Schande. Kasar, die Templare. Mein Mineralienfeld erschöpft. Hier bin ich in die Schande. Mineralienfeld erschöpft. Nicht in und erutiert. Ja, nicht in die Leaving. Ich bin hier. Ich bin hier in die Schande. Faszinierend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajoa. Hula-Satari. Ihr benötigt mehr des Vingas. Fasar, die Templar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. GG. Da kommst du einfach nicht mehr an. Gegen Brutlords. Ja, siehst du ja. Eine Armee einfach runtergezwitscht. Na gut. Da würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären. StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge. Und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Und ich würde sagen, noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschö, tschö. photography. Tschö, tschö, tschö. Das dictionary wollte.